Heute, First Drive Friday, rufen wir immer jemanden an. Ich glaube, da ist er. Und er kennt ihn. Ist egal. Mal sehen, ob er da rangeht. Paul! Mensch, wir können langsam mal rangehen hier. Ja, geh mal ran hier. Ja? Ja, hier ist der Paul. Ich bin hier gerade auf der Muttergasse. Hast du Bock auf einen First Drive Friday hier oder was? Ich weiß nicht. Eigentlich hau ich nichts dagegen. Ja? Na ja, dann komm mal her. Wann bist du denn da? Weiß nicht. Ich denke mal so in 10 Sekunden. Ja, super. Olli noch aus dem Endway oder was? Ja, guck mal, ob der klappt. Na dann. Ran! An Siehruppe. Yo, sorry. Hat ein bisschen gedauert. Ja, kein Ding. Na, Mann? Alles fit? Ja, mal sehen, ne? Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Hier, rock'n'roll. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Rock'n'roll. Ich bin drin, weiss geht. Warte, ich mach mal ein Brett. Ich bin drin, ich bin drin. 2nd try friday Oh yes! Und jetzt? Für die richtigen Mavericks mach ich den jetzt nochmal richtig Genau Yeah! Luftig Für die Immobitches Vintage Style Die Video aus dem Menschen hält echt ewig Holt ihn euch!